Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Südkorea hat Nordkorea eine Militärparade veranstaltet. Mehr als 10.000 Soldaten zeigten sich für den Aufmarsch in der Hauptstadt Pyongyang, alles unter den Augen von Machthaber Kim Jong-un. Mit der Parade solle das 70-jährige Bestehen der nordkoreanischen Armee gefeiert werden, heißt es offiziell. Kritiker sehen darin hingegen eine Provokation. Sie widerspreche den versöhnlichen Gesten der vergangenen Wochen anlässlich der Winterspiele.